Süß. Na, Elbis. Da freut sie dich richtig, wenn dir die Gesichter da, ja. Jetzt geht's los. Dann mach dir ja immer so eine 8, nur eine Rentie wie ein Ochs, die hast du ja heute wieder oben hier rannt, wa? Oh, nee. Ja, Elbis, da schläfst du nachher wieder schön. Ja, sie, sie, ganz selten noch. Am besten noch bis in der Nacht, dass ich mit dir spiele und das Spiel verschneise, ja. Und, na, das hat aber nicht ganz so raus. Ja, das kann doch gut. Ja, das decke ich doch mal. Ich meine, jeder Hund ist ja auch verschieden, ist ja wie bei der Mängerin, wa? Ich meine, ich richtig drauf, wa? Die springt aber übelst schnell. Ja. Eine Wiese hüpft. Ja, die ist wie so ein Wiesel, obwohl die kurze Beine hat. Ja.